Das heißt, jemand wie Sarah Wagenknecht ist eine bekannte Figur dann auch im Russischen? Sehr bekannt und erfreut sich auch einer gewissen Beliebtheit in Russland. Wir hatten gerade in dieser Woche den Vorwurf plötzlich im Raum stehen, sie sei von Putin bezahlt. Etwas, was ich sofort zurückgewiesen habe, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht so ist. Aber allein der Vorwurf, der da plötzlich im Raum steht, weil sie offenbar jemand ist, der dort gut gelitten ist. Ja, sie ist dort in der Tat gut gelitten. Sie ist natürlich keine, wie soll ich sagen, keine populäre Figur in Russland. Aber unter den Politikern in Deutschland genießt sie in Russland halt eben, das ist natürlich alles durch den Filter der Propaganda, sie genießt einfach sehr große Aufmerksamkeit. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland Sarah Wagenknecht tatsächlich kennen. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland.